Rendezvous «Wissenschaft im Gespräch» hieß es Anfang September in Bern. Die wissenschaftliche Ideeschmiede REACH hat zusammen mit der Akademie der Wissenschaften zum Gespräch eingeladen und dabei auch der Politik auf der Zange gefüllt. Ich denke, im naturwissenschaftlichen Bereich sollten die Politik und Wissenschaft sehr eng zusammenarbeiten. Im Moment haben wir das Problem des Pestizids, der Gentechnik, im Impfbereich, im Bereich Gesundheit. Da gibt es sehr viele Fragen, die wir dank der Naturwissenschaften und Medizin viel weiterkommen sind. Dann sollen wir das Wissen entsprechend implementieren und das Nötige via Gesetze in der Schweiz umsetzen. Ich denke, die Politik und die Wissenschaft sollten die Gesellschaft zusammen weiterbringen, ganz grundsätzlich. Und gemeinsam die wissenschaftlichen Erkenntnisse verwenden und so möglichst optimale Lösungen finden in den verschiedensten Disziplinen für die Schweiz oder generell die Gesellschaft weiterzubringen. Alle wichtigen Fragen der Politik heute brauchen die Wissenschaft. Egal ob es um das Klima geht, ob es um Europa geht, ob es um Gesundheit geht. Überall dort hat die Wissenschaft ein wichtiges Wort mitzureden. Und ich bin absolut dafür, dass die Politik besser auf die Wissenschaft losgeht. Ja, es geht vor allem um die Frage, wie finanzieren wir die ganzen Forschungs- und Bildungsfragen? Wo setzen wir Schwergewichte? Und wie findet der Austausch statt zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft? Wie können wir die Forschungs- und Wissenschaftsresultate umsetzen in Praxisen so, dass es für die Wirtschaft und die Gesellschaft nutzbar wird? Demonstration Step Step Untertitelung des ZDF, 2020